Nach der Rutschung im Senftenberger See ist die Nimtscher Bucht gesperrt worden. Der Bereich im westlichen See wurde mit einer zusätzlichen Bojenkette gekennzeichnet, informiert die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft. Hinweisschilder gibt es zudem im Strandbereich. Weitere Sperrungen wurden nicht angeordnet, so die LMBV. Die Wasserschutzpolizei sowie Sachverständige werden in den nächsten Tagen verstärkt Kontrollen durchführen. Die Untersuchungen zu den Ursachen laufen noch. Um das Ausmaß einordnen zu können, müssten nun Luftaufnahmen und Lotungen durchgeführt werden, erklärt Sprecherin Stefanie Klein. Am Donnerstag war es zu einer Rutschung auf der ungesicherten und daher gesperrten Insel im Senftenberger See gekommen. Verletzt wurde niemand. In diesem Zusammenhang weist die LMBV noch einmal darauf hin, dass ausgewiesene Sperrbereiche nicht betreten werden dürfen.